Wir haben Neuigkeiten über die kommenden Linux-Mint-Versionen. Wir haben erste handfeste Screenshots vom neuen Pop-OS-Desktop Cosmic, der ja auf Rust entwickelt wird. Wir haben eine neue Webseite, wo man online Linux-Distributionen direkt live testen kann und am Ende auch nochmal den Erlanger Linux-Tag, der in der kommenden Woche ansteht. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ja, ganz kurz nochmal ein Shoutout auf meine Webseite. Dort gibt es unter anderem Linux-Support. Falls du irgendwelche Probleme hast oder dein Unternehmen Probleme hat, dann gerne mal die Linux-Support-Hotline anrufen oder ganz normal einen Termin per Formular vereinbaren. Oder wir haben auch einige Schulungen mittlerweile. Und das Neueste ist der Linux-Arbeitsplatz, ein komplettes Konzept für kleine mittelständische Unternehmen und Einzelpersonen. Schaut euch da gerne mal das Video an und lest euch gerne mal die Seite durch. Alle Links sind in der Videobeschreibung und ich würde einfach mal sagen, lasst uns loslegen mit der ersten Neuigkeit. Und zwar Linux Mint hat mal wieder etwas veröffentlicht. Und zwar gibt es erstmal kleine, ich sag mal, Goodies, die jetzt in der neuen Linux Mint Version 21.2 dann kommen werden. Einmal wird es farbigere Tooltips geben, die ein bisschen schicker aussehen sollen. Also aktuell sind diese Grau bzw. Weiß, also nicht so schön und das soll jetzt farbig werden. Wow, das ist ja eine große Neuerung. Genauso wie die Benachrichtigungen, die sollen jetzt dann auch farbig werden. Also in der jeweiligen Akzentfarbe, die man unter Linux Mint hat. Das ist standardmäßig sogar dieses Blau. Ich muss persönlich sagen, ja, ich weiß nicht. Designtechnisch bin ich da nicht auf einer Höhe mit denen. Aber so what? Wenn es denen gefällt, warum nicht? Ansonsten gibt es gerade erhebliche Probleme mit Secure Boot und Linux Mint, weil nämlich Ubuntu da etwas geändert hat. Somit haben alle Ubuntu-Derivate ein riesen Problem mit Secure Boot. Das muss jetzt Linux Mint in den Griff bekommen und fixen. Aktuell empfehlen sie, Secure Boot auszuschalten für die Linux Mint-Installation. Ich denke, in wenigen Monaten gibt es da dann auch wieder Neuigkeiten, sodass das dann wieder funktionieren wird. Schreibt ihr doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr bei eurem Computer Secure Boot aktiviert habt oder ob ihr da ohne Secure Boot aktiv seid. Also was ich so im Support mitbekomme, haben eventuell vielleicht 20% Secure Boot, würde ich mal so grob schätzen. Ja, weiter geht es mit tatsächlich mal etwas spannenderen Neuigkeiten rund um Linux Mint. Und zwar planen die tatsächlich natürlich im Sommer einmal eine Linux Mint 21.2 Version. Dann bin ich sehr gespannt, was diese neue Version dann wirklich alles mit sich bringt. Das sind zwar ganz nette Neuigkeiten, aber ist natürlich auch nicht unbedingt die Welt. Ich denke, insgesamt wird es da schon noch ein bisschen mehr geben. Ansonsten wird es nochmal eine Edge ISO geben. Das heißt, für alle Leute, die eine modernere Hardware haben, für die die normale Linux Mint CD oder ISO Datei nicht ausreicht, die können tatsächlich dann eine Edge ISO herunterladen. Das Ganze existiert schon eine Weile. Wenn ihr nämlich einmal auf Download und dann All Versions geht bei Linux Mint, dann seht ihr hier teilweise diese Edge-Versionen. Die haben dann einen aktuelleren Kernel mit drinnen, sodass ihr Linux Mint auch auf neueren Systemen besser installieren könnt. Genau, ansonsten kommt natürlich dann LMD E6. Wer hat es gedacht, basierend auf Debian 12. Ich bin sehr gespannt, was das System dann mit sich bringt. Es bringt in der Regel eigentlich alle Neuerungen von Linux Mint, der Ubuntu Version, mit rein. Also den Linux Mint Desktop und dann nochmal drunter die Debian Basis selber, die Debian 12 Basis, die dann tatsächlich im Juni erscheinen soll. Ich würde mal tatsächlich so schätzen, dass wir Mitte, Ende Juni erst die Linux mit 21.2 Version kommen und danach dann dementsprechend das LMD E6. Ich glaube, jetzt Ende Mai wäre es dann sehr, sehr, sehr früh, denn eine Beta-Version gibt es auch noch nicht. Die gibt es dann immer ein paar Wochen davor, dass man sich das anschauen kann, dass die ersten Fehler auf jeden Fall nochmal gefixt werden können. Und da habe ich bis jetzt auch noch nichts gesehen. Ich denke, es dauert noch ein bisschen. Sie haben sich auch noch nicht zu irgendwelchen Daten entschieden. So, ich denke, so ein paar Wochen wird es noch dauern. Dann haben wir noch einmal ein paar Neuigkeiten rund um Warpinator, dass es da security-technisch tatsächlich groß weitergeht. Habe ich ja in einer meiner letzten News-Sendungen immer wieder angesprochen. Und da haben sie jetzt tatsächlich jetzt Support für Landlog und Bubblewrap, was am Ende bedeuten soll, dass Warpinator wirklich nur in euren Ordner schreiben kann, für den es vorgesehen wurde. Also, ja, da wurde ein bisschen was getan. Ich muss sagen, nicht die Welt. Mir fehlt generell so in den letzten Monaten so die Neuerungen Linux Mint. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von der 21 auf die 21.1 war ja auch nicht unbedingt so viel mit drinnen. Eventuell kommt dann nochmal was Größeres. So, das wäre es erstmal zu Linux Mint. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal den Cosmic Desktop an. Das ist der neue Desktop von PopOS, den, soweit ich weiß, den sie gerade neu programmieren von Grund auf. Und zwar in Rust soll das geschehen. Das ist eine neue Programmiersprache. Die existiert zugegeben auch schon mittlerweile ein paar Jahre so, dass sie es mittlerweile auch in Linux Kernel schafft. Aber es ist, würde ich mal sagen, so ein großer Konkurrent zu C++, wenn man möchte. Auch wenn Rust natürlich noch eine viel, viel kleinere Basis hat, beziehungsweise viel weniger Programmierer hat, die Rust wirklich gut können. Und ja, wir sehen tatsächlich erste handfeste Screenshots. Erstmal sieht es sehr verdächtig aus, zugenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier Workspaces, Applications und dann hier in der Mitte unser Benachrichtigungscenter und rechts dann nochmal etwas mehr Icons. Hier so Play und Pause und weiter sozusagen. Für mich ist das fast ein bisschen zu viel an Icons hier oben. Wir haben ja einmal aktuell die App-Set-Einstellungen, die da geöffnet sind. Und ja, ich glaube hier, das Ganze ist auch noch komplett eckig. Ich denke, das wird nochmal ein bisschen abgerundet. Wir haben tatsächlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie man diese Panels anordnen kann. Man kann das auf die linke Seite, das große Panel ziehen und dieses Anwendungspanel dann auch nochmal, ich sage mal, abheben von der Leiste. Also es kann entweder dran kleben oder wieder dort schweben, so ein bisschen wie bei Apple. Man kann das Ganze auch oben haben, dass man die beiden Leisten oben hat. Finde ich auch sehr interessant. Man kann stattdessen auch dieses Dock komplett verschwinden lassen und nur einmal so einen minimalen Desktop haben. Das finde ich hinwieder, muss ich sagen, interessant, weil man das nicht so häufig sieht. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welches Layout ihr am coolsten findet von denen, die ich gerade zeige. Ich glaube, das ist fast mein Lieblingslayout bis jetzt. Was finde ich aber auch sehr, sehr stark? So ein abgehobenes Layout hier oben auch nochmal und unten nochmal, was ich tatsächlich auch relativ schick finde. Tiling Support ist natürlich wieder mit drin von Anfang an. Sehen wir hier unter anderem auch in diesem Icon. Das heißt, man kann dann relativ zügig seine Fenster aufteilen und dann relativ zügig eine gute Arbeitsumgebung erschaffen. Ich persönlich nutze Tiling nicht in der Hinsicht so stark. Könnt ihr hier mal reinschreiben, ob ihr das so macht. Außerdem kommt natürlich zu dem Desktop eine neue Einstellungs-App, wie wir sie hier sehen. Hier sehen wir schon mal die Wallpaper-Einstellungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mir das jetzt so gezeigt hättet, hätte ich gesagt, ja, das ist Gloom. Also ich sehe schon hier nochmal relativ viele Ähnlichkeiten. Meiner Ansicht nach ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich bin ganz gespannt, wie denn dieser Desktop dann am Ende wirklich aussieht. Bis jetzt gibt es noch keine richtig testbare Version jedenfalls, die veröffentlicht wurde. Von daher müssen wir uns da, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Und generell kann man aber eventuell davon ausgehen, hat jedenfalls Michel Franken auf seinem Blog geschrieben, dass wir das in der Popo S2404 Version dann das erste Mal sehen werden, den Desktop. Ja, ich würde mir wünschen, dass man das zuvor nochmal austesten kann und diesen neuen Desktop nicht direkt auf eine große Meute in der 2404 rauslässt. Aber ich meine, Popo S hat gar keine Zwischen-Releases. Die haben nur ihre großen Releases. Also von daher, ja, friss, vogel oder stirb, würde ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, was da mit zukommt. Außerdem schauen Sie, dass die Bildschirmleser und die Barrierefreiheit direkt von Anfang an gegeben ist im Cosmic Desktop. Finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. Und von daher, ja, kommt hier einiges hinzu. Mit HDR auch nochmal 10-Bit-Color-Support und alles Mögliche, was man sich denn hier vorstellen kann. Also Popo S findet hier gefühlt schon das Rad neu, würde ich sagen. Generell, sie gehen da ganz eigene Wege. Hier, soweit ich weiß, baut jeder etwas größere Desktop entweder auf Gnome auf oder heißt wahrscheinlich KDE. Und von daher geht der Cosmic da schon relativ neue Wege. Und ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird in der Linux Community. Und ob Popo S damit sich abheben kann langfristig. Ansonsten auch nochmal ein anderes spannendes Projekt, DistroSee. Das ist ein Nachfolger von DistroTest. Am Ende kann man da ganz einfach nur Linux-Systeme direkt im Browser ausprobieren. Hier haben wir mittlerweile einige von einmal Linux über Fedora, Linux, Mint, Manjaro, Slackware bis hin zu den ganzen Ubuntu-Editionen und Zorin OS ist alles dabei. Mich würde es tatsächlich mal interessieren, was CacheOS ist. Ich habe es hier noch nie zuvor angeschaut. Währenddessen zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich finde eine kurze Beschreibung schön, was das eigentlich ist. Also wir sehen hier zwar auch Linux Mint. Ja, cool. Wir können hier die Version selekten. Aber was das eigentlich ist, das würde mich tatsächlich freuen. So ein kleiner Einleitungssatz, muss nicht so viel sein. Und dann drücke ich jetzt hier einfach mal auf. Komme ich nochmal KDE. Und dann werden wir erstmal verifiziert von Cloudfair. Wir können hier einmal in die Warteschlange starten. Und das letzte Mal war ich in der Warteschlange Position 1. Also ich kam sofort dran sozusagen. Dauert hier einen Moment. Ein bisschen Zeit muss man mitbringen. So, jetzt sind wir in Position 1. Es wird gleich. Jetzt können wir hier starten. Ich klicke hier mal auf Start. Und dann bekommen wir hier tatsächlich irgendeine, ich denke mal eine VNC-Verbindung wird es sein, in der virtuelle Maschine, die da für uns gestartet wurde. Und dann lädt jetzt hier die Live ISO sozusagen, womit wir dann das System starten können. Denke ich einfach mal. Jedenfalls bei Linux Mint hat es das getan. Ich habe Linux Mint schon vorhin mal ausprobiert über Distrosi. Konnte man einfach die Live-CD starten. Ich denke, das ist hier auch so ähnlich. Aber trotzdem haben wir jetzt hier relativ einfach eine Distribution im Linux-Browser, die halt zum Austesten so gedacht ist, um sich einfach nochmal weitere Linux-Distributionen anzuschauen. Dann spart man sich das Herunterladen von einigen Gigabytes und kann eventuell auch direkt schneller verschiedene Distributionen ausprobieren. Hätte ich das mal für meinen Adventskalender gehabt. Da ist schon die Maus. Ich finde, die sieht durch die Übertragung ein bisschen komisch aus. War es auch bei Linux Mint. Und ist es nicht die schnellste Maschine, die dahinter läuft? Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, wer da die Ressourcen zur Verfügung stellt. Das finde ich mal ganz interessant zu wissen. Ich gehe mal nicht davon aus, wenn das Projekt bekannter wird, dass es ordentlich lang überlebt. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was es denn so hier experimentell gibt an Linux-Projekten. Ich habe keine Ahnung, was CacheOS ist. Für mich sieht es nach einem Manjaro-Klon aus, jedenfalls von einem Willkommensbildschirm her. Erinnert mich irgendjemand an Manjaro. Hat Manjaro genauso einen Willkommensbildschirm? Ich meine ja. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann haben wir jetzt hier einen schönen KDE-Desktop. Und ich habe keine Ahnung, wofür CacheOS steht oder CacheOS. Da schaue ich, glaube ich, mal gleich nach, was das eigentlich ist. Aber jetzt können wir hier tatsächlich eine Distribution live testen. Was mir aber aufgefallen ist, dass wir hier keine Internetverbindung haben. Das heißt, man kann das Ding nicht nutzen, um irgendwelche illegalen Dinge damit zu tun. Und ich glaube, installieren kann man es auch nicht. Wenn ich nämlich auf Laufwerke bzw. Discs geschaut habe, Partition Manager, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir den mal öffnen. Dann sehen wir hier relativ wenig Devices, die da mit drin. Wir haben hier eine RAM und das war es. Also wir können das leider nicht installieren. Es ist einfach nur so zum Austesten und Hochstarten gedacht und sich das mal anzuschauen. Und wir sehen, ja, die Performance ist okay. Also für Internetübertragung. Ich muss sagen, finde es persönlich nicht super nützlich. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann wäre es das soweit zu distrosi, würde ich sagen. Ich fahre den Kollegen mal wieder herunter. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann einfach den Tab schließen, dann beendet sich das auch. Und ich habe das Problem beiseite geschoben. Und kommen wir doch noch mal zum letzten Thema in diesem Video, und zwar der Erlanger Linux Tag 2023. Dort werde ich auch vertreten sein. Das ist meine Heimat Linux User Gruppe. Dort haben wir ein ganz schniekes, kleines Programm. Ist relativ klein, das ganze Projekt. Aber wir freuen uns riesig über jeden Besucher rund um Nürnberg oder Erlangen. Schaut da gerne mal vorbei. Und zwar geht es einmal los mit Linux für Einsteiger. Dann Windows-Programme auf Linux ausführen von mir. Und dann, ja, YouTube-Downloader. IT in der eigenen Hand. Heimserver für Anfänger von mir. Dann E-Mail-Verschlüsselung von Robert. IT Security und Computer Forensik von Uli. Das Ganze ist in der Spardorfer Straße 79. Ist ungefähr 20 Minuten zu Fuß vom Bahnhof aus. Der Eintritt ist frei. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns riesig. Ja, und das wäre es tatsächlich schon gewesen zu diesem Video. Am Dienstag gibt es einen neuen Livestream hier ab 19.30 Uhr. Am Freitag eventuell ein Video, weil am Samstag kommt ein Special-Video, auch anlässlich des LPDs an diesem Tag. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und schon mal einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.